Bei uns geht es jetzt hier richtig heiß weiter mit unserem Hitze-Spezial für Sie und ich denke, Sie schwitzen ganz genauso wie wir hier im Studio, denn es ist unerträglich heiß und das wird auf jeden Fall auch noch heißer, denn wir haben ja erst Juli und der August steht uns ja noch bevor und wir wollen Ihnen einfach so ein paar kleine Tricks zeigen und Produkte, die richtig zu einem wahnsinnig guten Preis hier bei uns sind und wie Sie es einfach ein bisschen angenehmer für sich gestalten können bei sich zu Hause. Ja, bei uns zu Hause, das erste, woran wir denken, ist Fenster aufmachen, ist vielleicht gar nicht so gut, wenn man an die Luft draußen denkt, mit Du wohnst in der Stadt, da ist viel Staub in der Luft, Du wohnst auf dem Land, da sind viele Pollen in der Luft, aber Ventilatoren sind da ideal, um sich eben die Abkühlung zu geben, die wir so brauchen. Das Ganze ist natürlich auch sehr, sehr stromsparend. Wir fangen an mit einem mobilen Deckenventilator und ich will Ihnen den mal zeigen, wie klein der ist hier. So kommt der zu Ihnen, ganz, ganz klein zusammengefaltet hier und dann können Sie einfach hier auf der Seite diese Rotoren reinstecken. Manchmal sind vier Rotoren, der ist auch relativ schmal im Querschnitt, aber Sie werden sehen, wenn ich den anmache, kommt da richtig viel Wind raus und den kann man sich dann mal eben so an die Lampe hängen oder über den Schreibtisch, überall, wo man eben Luft braucht. So, jetzt haben wir zusammengebaut. Schauen Sie mal. Wie schnell das ging, Wahnsinn. Irre, ne? Und Diana, willst du ihn mal halten? Ja, klar. Jetzt schalte ich ihn mal ein hier am Schalter. Oh mein Gott, guck mal. Kommt diese angenehme Luft raus. Ideal natürlich direkt über Ihnen. Ist irre, ne? Und schauen Sie mal an den Preis und das ist die ideale, schnelle... Oh, danke schön. Deine Haare fliegen. Meine Haare fliegen. Das musst du schon Wind nehmen dafür. Ganz, ganz toll hier. Dieses Produkt ist sehr, sehr, sehr beliebt. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal jetzt in letzter Zeit im Baumarkt oder Elektronikfachmarkt waren, da gibt es kaum noch Ventilatoren, weil natürlich jeder im Moment Ventilatoren kaufen will. Wir haben alles ab Lager lieferbar für Sie. Und schauen Sie mal, so kann das aussehen bei Ihnen, wenn Sie es einfach mal, sagen wir im Esszimmer zum Beispiel, an die Lampe ranhängen. Ja, stimmt. Ganz einfach zu installieren. Du hast auch so ein Esszimmer, wo nur Licht ist, aber keinen Ventilator, ne, Diana? Ja, und ich mag das, das ist klappbar. Das bedeutet, wir können das auch mitnehmen, zum Beispiel in den Urlaub. Also diese Situation, wenn du kriegst Zimmer und dann Klimaanlage geht nicht oder etwas passiert und natürlich, aber kannst du nicht einfach so schwitzen die ganze Zeit, ja? Aber wenn hast du diese klappbare kleine Ventilator mit, dann kannst du immer diese frische Luft genießen. Und ich mag, das ist wirklich frische Luft, ja? Das sieht so klein aus, aber wirklich stark. Ja, der schafft ganz schön was weg, ne? Gerade Urlaub, Camping, Zelten, also ein Wohnwagen ist ja wahnsinnige Temperaturen im Moment. Aber den können Sie ruhig unter den Baum stellen, abends, wenn Sie rein wollen, ist es wahnsinnig warm hier. Und den kann man eben einfach mal hinhängen und dann hat man einen mobilen Deckenventilator. Die sind ja normalerweise riesengroß, haben diese riesengroßen Flügel. Der hier ist wirklich sehr klein und handlich. Sie haben gesehen, wie klein der war, wenn wir den zusammengepackt haben. Den kann man also wirklich mal in den Koffer packen, ins Handschuhfach, ganz einfach mitnehmen. Oder bei euch in der Garderobe wäre das auch was, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Auch da wird es gut warm. Aber ich denke jetzt auch wirklich so an Wohnmobil oder so, wenn man da mit der ganzen Familie ist jetzt im Sommer, da wird es ganz gut stickig. Und wie gesagt, unseren mobilen Ventilator können Sie einfach mitnehmen und dann einfach zusammenstecken und an die Decke hängen und schon geht es los. Oder vielleicht auch mal im Zelt mit unseren Powerpacks. Da ist ja alles mit möglich. Ja, wir haben außerdem hier, ich mache den mal wieder aus, hier einen mobilen Deckenventilator XXL. Oh ja. Das ist schon mal ein Apparat hier. Und der ist jetzt, also der macht auch noch mal richtig Wind, hat natürlich eine deutlich größere Fläche. Ich schalte den mal an. Auch der hat natürlich einen Schalter hier. Aber der ist wirklich auch mobil. Sie sehen das? So, ich halte ihn mal fest hier. Oh wow. Da seht ihr so. Aber man halte ihn wirklich fest. Ich halte ihn wirklich fest. Keine Angst. Aber das ist sowas, was man einfach mal mitnehmen kann. Und dann ganz einfach auch wieder so in den Wohnwagen hängen kann. Ich mache ihn mal wieder aus, bevor es jetzt zu größeren Verletzungen kommt. Brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen hier. Hat auch noch einen Timer dran. Und damit habe ich dann eben auch wieder mobil meinen Ventilator dabei. Mit Timer. Mit Timer. Das ist eben auch noch mal toll. Du kannst ihn hier jetzt auf zwei, vier oder sechs Stunden stellen. Und dann hast du hier eben tatsächlich den Wind, den du brauchst, um dich hier zu entspannen, um den Tag zu genießen. Und der hängt an so einem Metallhaken. Auch den kann man ganz einfach irgendwo an die Decke hängen, den Stecker einfach in die Steckdose stecken. Und damit haben wir dann diesen Wind. Sie sehen das hier. Der Durchmesser ist, glaube ich, so 50, 60 Zentimeter. 105 Zentimeter steht sogar dran. Aber der ist relativ flach gebaut auch wieder. Den können Sie also auch in nicht ganz so hohen Räumen aufhängen. Und dann kommt hier richtig, richtig viel Wind raus. Ja, auf jeden Fall super praktisch. Man kann ihn in jeden Raum hängen. Man kann ihn dann auch von Raum zu Raum hängen, weil es ja so praktisch ist hier mit diesem Aufhänghaken. Und ich finde es einfach wahnsinnig gut. Und der ist einfach riesig. Also du hast ihn ja gerade angehabt und die Luft, die hier so schön durchgewirbelt wird. Also man merkt auf jeden Fall die Kühlung. Und das hier halt zu unserem Wahnsinns-TV-Sonderpreis für Sie. Wir sind hier bei 51,29 Euro. Und ich sage Ihnen auch gerne einmal die Bestellnummer. Das ist die NX 3147 und die 569 hier für unseren mobilen XXL. Deckenventilator. Ja, ich meine so einen Deckenventilator, wenn du den normal kaufst. Erstmal sind die eh schwer zu bekommen. Aber die sind ja riesengroß, schwer zu installieren. Guck mal, der hängt hier einfach an so einem Haken dran. Kannst du oben einen Lampenhaken anbringen. Oder viele haben ja auch noch von Weihnachten so, wo der Adventskranz dran hing. Oder irgendwelche Weihnachtsschmuck. Damit haben wir dann eben hier tatsächlich einen Ventilator, den wir ganz einfach aufhängen können. Den Platz haben Sie auch, ganz bestimmt. Ja, und auch dann wird es für Sie angenehmer. Wie gesagt, Sie schauen hier gerade unser Hitzespezial. Und wir haben erst Juli, denken Sie da dran. Der August steht uns noch bevor. Und die Temperaturen, die schießen ja gerade durch die Decke. Und wir schwitzen alle. Und deshalb sichern Sie sich hier unseren mobilen XXL-Deckenventilator. Und dann haben Sie diese Frische auch bei sich zu Hause. Und ich finde ihn zu dem auch noch richtig schick. Ja, wir gehen mal weiter. Wir haben noch mehr Deckenventilatoren. Da gehe ich mal eben hinter die Theke. Ihr könnt mitkommen oder sitzen bleiben. Wir kommen mit. Ihr kommt mit. Gerne. Da haben wir hier unseren ersten Deckenventilator. Oh ja. Der sieht schon mal super schick aus. Sie sehen, das ist zwei in eins Gerät. Das heißt, wir haben einen Ventilator und eine Lampe gleichzeitig. Alles lässt sich ganz bequem hier mit der Fernbehandlung einschalten. Das Licht lässt sich natürlich an- und ausschalten hier. Und dann können Sie eben hier statt des Lichts, was Sie bei sich an der Decke angebracht haben, können Sie den einfach anbringen und haben dann, also ich möchte mal sagen, das perfekte Licht und den perfekten Ventilator in einem. Schauen Sie mal, Sie können das Licht dimmen, wie Sie wollen. Sie haben zwei verschiedene Farben, also Tageslichtweiß und dieses angenehme Warmlichtweiß. Zusätzlich haben Sie diesen tollen, tollen Ventilator drin. Und der Ventilator lässt sich auch stuflos einstellen in verschiedene Geschwindigkeiten. Und hat dazu noch eine Oszillation. Und die schalten wir mal gleich dazu hier. Da sehen Sie es auf der Fernbedienung. Dann fängt das an, sich zu drehen. Das sieht unglaublich spacig aus, wie so ein UFO. Aber dadurch wird die Luft natürlich optimal verteilt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt ja diese Deckenventilatoren, die haben diese riesengroßen Flügel aus Holz. Da braucht man einen halben Meter oder einen Meter Platz, weil die auch noch so tief hängen an der langen Stange. Ich habe da immer Angst davor, wenn ich da den im Schlafzimmer angebracht habe, dass da irgendwas runterkommt mal oder sowas. Plötzlich, du kannst dich nicht wirklich in normalen Wohnräumen anbringen. Der hier ist flach von der Bauweise. Das heißt, den kann man auch in ganz normalen Raumhöhen, sagen wir mal bis 2,50 Meter. Das reicht schon, um das hier eben anzubringen. Und dann hat man eben die Luft, die man braucht. Ich schalte ihn mal an, dass Sie das sehen können. Hier schalten wir ganz normal den Ventilator an. Und jetzt schalte ich mal diese Oszillation dazu. Schauen Sie mal, wie sich das jetzt hier dreht. Dazu kann ich natürlich das Licht hier noch stufenlos ein bisschen dunkler machen oder wieder heller. Oder ich kann auch noch die Farbe ändern. Guck mal, hier haben wir jetzt dieses Kaltlicht und hier haben wir ganz warmes Licht. Also ich finde, das ist so ideal. Das kann man anbringen bei sich, ganz, ganz einfach wie eine Deckenlampe. Also es ist wirklich nicht schwer, das können Sie auch zu Hause machen. Und dann haben Sie jetzt meinetwegen das hier eingestellt, das Licht und die Ventilationsstufe und den Oszillator, die Oszillation. Wenn Sie den am Lichtschalter ausschalten und dann am nächsten Tag wieder einschalten, macht er genau da weiter, wo Sie aufgehört haben. Er merkt sich diese Position. Und das ist das Tolle hier dran, weil der so einfach zu bedienen ist mit dieser Fernbedienung. Sagen wir mal im Schlafzimmer, dann kannst du den einfach neben dich legen. Hat auch noch eine Timer-Funktion, also dass er nur eine Stunde läuft noch oder so. Wird ganz einfach am Lichtschalter an und aus gemacht. Also sehr, sehr schick. Sieht super elegant aus, ne? Ja, super elegant. Und auch, ich finde, nicht nur für Schlafzimmer, auch für Büro, ja, bei Arbeitszimmer. Du kannst auch mit diesem Licht, zum Beispiel, wenn du arbeitest oder du musst was lesen, das kannst du dieses kaltes Licht machen. Dann, wenn du es entspannt hast oder willst du einfach ein bisschen relaxen, ja, dann machst du dieses warme Licht. Und natürlich mit diesem Ventilator, das ist einfach so modern, das ist so genial, ja. Also zwei und eins, ich habe noch nie gesehen. Und ich finde, das sieht fantastisch aus, sehr modern, sehr klassisch. Ja, ich glaube, das passt zu jedem Zimmer. Ja, und natürlich, ich glaube, für Schlafzimmer und für Büro oder Arbeitszimmer, das ist einfach perfekt. Ja, der Stil hier ist eben so toll, dass wir hier eben so einen ganz, ganz tollen, modernen Stil haben. Ich zeige es mal hier von der Seite. Da sehen Sie, wie flach der ist. Das Gehäuse hier ist übrigens aus Metall auch wichtig, weil es halt gute Qualität ist. Er ist aber trotzdem nicht schwer. Den können Sie wirklich statt einer Deckenlampe einfach anbringen. Er hat einfach auch nur zwei Kabel. Und dann bringen Sie den an der Decke an und haben dann eben diese Luft, nachdem wir uns alle sehen. Ich meine, das ist die einfachste Art, sich Kühlung zu verschaffen, so ein Ventilator. Und der hier ist halt super, super schick. Ja, und auch Sie können sich hier diese angenehme Frische verschaffen. Und wir schauen jetzt einmal ganz kurz zu unseren Kollegen zu Pöll.de. Und dort sind wir bei 180 Euro. Und Sie sehen jetzt unseren TV-Sonderpreis hier für Sie bei 119,99 Euro für unsere 2-in-1-Deckenleuchte plus Ventilator. Und ich finde den super, super schick. Und ich muss sagen, man hört ihn kaum. Also ist gar kein Störgeräusch oder so da. Der ist super leise. Und ich finde ihn auf jeden Fall wahnsinnig schön. Ich sage Ihnen auch gerne noch die Bestellnummer. Das ist die NX6438 und die 569. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Highlight hier. Ein bisschen größer. Also das war unser Bestseller letztes Jahr. Der war auch oft ausverkauft, obwohl wir gar nicht vernünftigen Sommer hatten. Das ist das Neue, das Nachfolgemodell. Der ist ein bisschen größer, hat auch diese gleiche tolle Funktion hier mit dieser Oszillation, dass sich das hier eben dreht. Ein Ventilator in mehreren Stufen. Der wird jetzt, einerseits können Sie den auch wieder per Fernbedienung steuern oder per App. Und das ist eben was Geniales hier. Weil du kannst ihn dann, kannst Zeitfenster natürlich machen. Du kannst sagen, der soll in der Woche jeden Abend von sieben bis zehn, meinetwegen bei mir im Wohnzimmer, soll er leuchten und Wind machen. Oder du machst es eben ganz normal, wenn du eine halbe Stunde, bevor du von der Arbeit kommst, kannst du den schon anschalten und kommst dann in frische Luft nach Hause. Licht genauso in mehreren Stufen, dimmbar. Und wir haben auch hier wieder dieses Kaltlicht und dieses Warmbicht. Warmbar. Geht der wieder ganz genauso los, wie Sie ihn als letztes gelassen haben. Das ist das Tolle hier an diesem Ventilator. Der verkauft sich auch schon sehr gut dieses Jahr. Auch der ist wieder sehr leicht und von der Bauweise sehr niedrig. Das heißt, er passt in ganz normale Raumhöhen rein und sieht super schick aus. Ich meine, das mit der App ist einfach fantastisch. Ja, auf jeden Fall. Und hier unser TV-Sonderpreis ist auch super fantastisch. Wir sind hier bei 189,99 Euro. Der Deckenventilator kommt dann auch versandkostenfrei zu Ihnen und ist ab Lager lieferbar. Das ist ja auch momentan ein Riesenthema. Aber wie gesagt, wir haben ihn auf Lager für Sie. Und Sie bestellen hier unseren 2-in-1-WLAN-Deckenventilator mit Deckenleuchte mit der ZX7103 und der 569. Und das hier zu unserem Knaller-TV-Sonderpreis. 189,99 Euro. Ja, und jetzt machen wir weiter mit meinem Lieblingsprodukt, würde ich hier sagen, aus der Sendung. Weil es ist ein richtiges Highlight. Ja, das ist der Ventilator, der hier neben Diana steht. Oh ja. Das ist ein rotorloser Ventilator. Das ist unglaublich, wie das Konzept ist mir immer noch nicht ganz klar, aber es funktioniert. Da vorne kommt Luft raus. Obwohl wir hier keine Rotoren drin haben, also sichtbare Rotoren. Ist natürlich toll, wenn Sie Kinder haben, wenn Sie Haustiere haben. Also überhaupt keine Verletzungsgefahr. Ein toller Ventilator, den man natürlich auch auf Oszillation stellen kann. Und dann erreicht er eben wirklich jeden Winkel eines Raumes. Also vom Design her schon ein absolutes Highlight. Sieht super, super schick aus. Ich glaube, deswegen gefällt er dir auch am besten hier, Monika. Ein richtig toller Ventilator, den Sie aber auch noch, diesen Bügel können Sie auch noch neigen und verstellen, dass er eben ein bisschen nach oben oder nach unten bläst. Das ist also toll für, was weiß ich, Kinderhaustiere, die direkt davor spielen. Oder Sie wollen mal den ganzen Raum mit Luft erfüllen. Dann blenden Sie den, dann kippen Sie den einfach so mal nach oben. Das kann man richtig nach vorne und nach hinten kippen hier. Diana zeigt das mal eben hier. Sehen Sie das? Das ist also von der Funktion her schon mal toll. Was aber diesen Ventilator jetzt, also abgesehen vom Design, so toll macht, ist die Luftreinigungsfunktion. Wir haben hier einen HEPA 13 Filter drin. Das ist der Filter, der in Reinräumen und OP-Sälen verwendet wird. Also das Beste, was es gibt an Luftfilter. Der ist da drin. Zusätzlich haben wir noch ein UVC-Licht drin, was dann noch die letzten Bakterien eben kaputt macht. Und ein Ionisator, der dann nochmal Gerüche, Pollen, nochmal Viren und Bakterien raus macht. Also das ist die sauberste Luft, die man sich überhaupt vorstellen kann, die da rauskommt. Wir haben den HEPA 13 Filter, wir haben UVC-Licht und wir haben einen Ionisator drin. Das heißt, abgesehen vom Design, macht der auch noch die sauberste Luft, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das Ganze lässt sich auch wieder per App steuern. Nochmal, Sie können dann, egal wo Sie sind, können Sie diesen Ventilator steuern. Das heißt, wenn Sie, vielleicht sind die Kinder zu Hause und sagen, können wir den Ventilator anmachen. Und Sie können den dann eben mit Ihrer App von der Arbeit aus anmachen. Oder Sie möchten gerne, dass der Raum, dass die Luft sehr gut ist in einem Raum. Dann stellen Sie ihn einfach eine Stunde vorher an, bevor Sie nach Hause kommen und haben dann die bestmögliche Luft zu Hause. Hier sehen wir mal die App übrigens, mit der das dann alles gemacht wird. Das ist also sehr, sehr, sehr komfortabel gemacht hier, wo ich eben die verschiedenen Geschwindigkeiten, den verschiedenen Filter dazu schalten kann. Hier, ich kann mal ein bisschen weniger machen an Wind. Und schon, haben Sie es gehört, macht er ein bisschen weniger. Ich kann ihn ausschalten. Ich kann das UV-C-Licht dazu schalten. Ganz, ganz komfortabel. Und diese App geht übrigens mit iOS, also ob Sie ein iPhone haben oder ein Android, können Sie das alles ganz bequem fernsteuern. Plus, Sie kriegen natürlich noch die Fernsteuerung dazu. Der sieht einfach klasse aus in jedem Raum, wo man den hinstellt. Und macht die Luft also besser geht es nicht. Überlegen Sie mal, Reinräume und OP-Räume benutzen so einen Filter und die sind darauf angewiesen, dass da kein Staub, keine Bakterien, kein gar nichts ist. Das können Sie jetzt zu diesem Preis nach Hause holen. Das ist perfekt. Zum Beispiel für Schlafzimmer, ja, mit diesem Luftreiniger oder für Kinderzimmer. Auch finde ich eine super Idee für Küche. Weißt du, wenn du kochst und diese Gerüche kommen, natürlich das Reinigen der Luft. Und ich finde das wirklich schön. Das kann auf dem Tisch stehen, das kann auf dem Boden stehen. Sieht fantastisch aus. Ich glaube, das ist auch wie ein Deko für jede Wohnung, ja, weil es sieht sehr edel aus. Du passt zu jedem Stil. Also für mich, das ist wirklich, jetzt verstehe Monika, warum hat sie mir gesagt, das ist ihr Lieblingsventilator. Einfach super. Und auch dabei diese Fernbedienung, auch mit App kannst du das machen. Das ist einfach ideal. Und das alles für diesen Preis. Ja, unser TV-Sonderpreis liegt hier bei 180,49 Euro für Sie. Und auch hier, er kommt wieder versandkostenfrei zu Ihnen, ist ab Lager lieferbar. Und ich sage Ihnen gerne noch einmal die Bestellnummer. Das ist die ZX 7056 und die 569. Die 569 ist ganz wichtig, denn damit sichern Sie sich hier den TV-Sonderpreis. Und Sie wollen doch bestimmt auch nicht schwitzen und dann genau jetzt zum Hörer greifen, weil wir haben hier die Produkte gegen dieses heiße Wetter, gegen das Schwitzen. Und dann können Sie sich einfach wohlfühlen bei sich zu Hause. Egal, ob es jetzt mit dem mobilen Deckenventilator war, der ja auch super praktisch ist für unterwegs. Oder auch unsere 2 in 1 Kombination auch nicht schlecht. Oder auch wie hier unser roterloser 2 in 1 360 Grad Ventilator. Also den finde ich besonders schick. Der ist super schick. Und nochmal, alle Ventilatoren und Deckenventilatoren, die wir Ihnen jetzt gezeigt haben, sind ab Lager lieferbar. Das heißt, Sie können jetzt anrufen und es ist heiß, es bleibt heiß. Du hast es gesagt, der August steht uns noch bevor. Das ist der Hochsommermonat. Damit schaffen Sie sich Linderungen und haben hier die Auswahl. Es ist alles lieferbar. So ist es. Und dann haben Sie diese angenehme Frische. Sie können sich wohlfühlen, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen. Sie können richtig schön durchatmen und wie gesagt, es ist einfach schön kühl und Sie müssen nicht mehr schwitzen. Und wir wünschen ganz viel Spaß damit.